Nummer 5 ist der Premium Airfryer HD 987020 von Philips. Es ist in diesem Vergleich die Heißluftfritteuse mit dem höchsten Preis. Dieser rechtfertigt sich unter anderem durch die Smart Sensing Funktion, die während des Garvorgangs automatisch Zeit und Temperatur anpasst, sobald es merkt, dass das Gericht fertig gegart ist. Außerdem verfügt sie, wie bei der eben vorgestellten Philips Essential, über eine extra Fettentfernungstechnologie, die überschüssiges Fett entfernt und auffängt. Sie verspricht bis zu 90% weniger Fett. Die Fritteuse ist einfach zu bedienen und auch hier bekommst du Zugriff auf die App mit hunderten Rezepten. Die 5 Voreinstellungen Snacks, Hähnchen, Fisch, Fleisch oder Backen sind auswählbar, wodurch das Gerät automatisch die richtigen Werte einstellt. Es ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich. Außerdem bietet es eine gleichmäßige Hitzeverteilung im Garraum und das ist bei einem großen Korb mit 1,4 Kilo Fassungsvermögen und den potenziell großen Portionen auch sehr wichtig. Die Funktionalität des Geräts ist super, es ist leiser als das Vorgängermodell, das Gitter ist nun herausnehmbar und ein Trenner wurde hinzugefügt. Es gibt eine Warmhaltefunktion und es gibt fast keine Qualmentwicklung mehr. Die Anwendung ist selbsterklärend, die Küche bleibt sauber und die herausnehmbaren Teile können in die Spülmaschine gelegt werden. Es gibt eine große Auswahl an Zubehör für fast jedes Ziel. Einige Kunden kritisieren allerdings den hohen Preis für das Zubehör. Außerdem empfanden Kunden das Stromkabel mit 80 cm Länge für zu kurz. Auch die Reinigung nach der Zubereitung von Fleisch sei schwierig und eine Pizza kann nicht vollständig platziert werden. Einige Kunden haben auch bemängelt, dass keine Papierbeschreibung und Gebrauchsanweisung beiliegt. Wenn du auf der Suche nach einer XXL Fritteuse mit smarten Funktionen bist, die für 4-5 Personen geeignet ist, kann dieses Modell interessant für dich sein.